Vor Corona habe ich persönlich sehr viel Sport gemacht. Hockey, Faustball und Turnen. Ja, es ist sehr gut zu Hause zu gucken, anstatt mit anderen Kindern Sport zu machen können. In der Corona-Zeit habe ich meine Sportkameraden schon sehr vermisst. Ich finde die Zeit ohne Training in der Halle und auf dem Feld nicht so toll. Ich mache am liebsten im Vereinsport. Ich habe in der Corona-Zeit schon auch Sport gemacht. Im Online-Training machen wir so Athletikübungen, dass wir stark bleiben. So Kraftübungen, Workouts gemacht haben. Aber das ist jetzt halt nicht so cool. Also ich weiß nicht mehr, wann mein letztes Training war. Vor einem Jahr ungefähr. Das ist halt schon sehr lang her. Zu Hause hockt man, dann wird man auch faul. Also am meisten vermisse ich an meinem Training. Die Turniere, meine Trainer, meine Mitspieler. Meinen Freunden Spaß haben. Dass man seine Freunde wieder sieht. Ich will auch in die Hockey AG. Ich will auch in die Hockey AG. Und in die Hockey AG. Und in die Hockey AG. Untertitelung des ZDF, 2020